Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft hier vom Channel Pentonus LP Ja, die letzte Aufnahme war ein bisschen ruckelig, zumindest zum Ende hin Ähm... Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich 32 GB im Rechner haben sollte, 16 GB werden mir nur angezeigt Äh, ich hab gedacht, gut, ich versuch's trotzdem in der Aufnahme Ich hatte das letzte Mal das Problem, dass von den 16 GB alles voll war und nur 2 GB frei Ich hab mal jetzt... Eigentlich hab ich gar nichts gemacht und hab zur Zeit... Moment... Neue GB frei, trotz dass Minecraft läuft Das letzte Mal war gar nichts frei Da waren gerade mal ein paar MB noch frei, ich schätze mal aus dem Grund hat's auch geruckelt Jetzt läuft's auch ziemlich flüssig Ich weiß nicht, was sich da im Hintergrund geladen hat Ich habe Java-Updater laufen, ich hab alles da, ich hab nur Ressourcemonitor offen, ich hab alles offen So, wo haben wir stehen geliehen? Ach genau, wir waren hier durch die Gegend gewandert Ja... Wir waren im Meter beschäftigt und haben uns da ein wenig mit den... Der Strecke bewundert... Äh, ihr dürft euch nicht wundern, wir haben das letzte Mal da drin aufgehört Jetzt liegt es so weit Ähm... Ich bin hier ein bisschen rumgegangen um zu gucken, ob das Ganze ruckelt Es hat nicht geruckelt und dadurch hab ich gesagt, ich fang jetzt hier an So... Es sollten mehrere Sachen gemacht werden Wir gehen da lang Wie schon gesagt, diesen Wald hier wollte ich ein bisschen erweitern Dazu müssen wir natürlich gucken, was wir alles so an Pflanzen haben Es sieht schon geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen, was wir hier geschaffen haben Ja, ich sage extra wir Weil ihr dabei wart Und ohne euch geht es ja irgendwie auch nicht So... Ah, machen wir einen Meter weiter, machen wir einen Meter weiter Ich weiß es gerade nicht Ähm... Wir gehen mal ins Lagerhaus, um zu gucken, was wir da so haben Ja... Und dann schauen wir weiter Es ruckelt doch noch ab und zu mal Aber das liegt nicht am Ramm Wo der läuft gerade voll Mal schauen, wenn der wahrscheinlich zu voll läuft, dann kann ich wahrscheinlich aufhören Oh, hier ist Glas, das ist gut, das nehmen wir mal mit Äh, äh... Genau, davon habe ich nichts mehr Ähm... Haben wir, haben wir, haben wir... Nein... Nein, nein, hier ist nichts dann gut Dafür habe ich das ganze hier Kram mal zusammengesucht Und das werden wir jetzt auch verbrauchen Das Holz müsste hier denn sein Lalalala... Nein... Das heißt, wir nehmen mal hiervon mal kurz Und dann... Geht's weiter So... Äh... Redstone sollte man noch ein bisschen mitnehmen Könnte... Nicht schlecht sein, die zwei... Zwei Knöpfe nehmen wir mit Dann sollte es eigentlich auch gehen So, weil... Was habe ich vor? Ich möchte im ersten Teil meine... Minecraft-Stecke oben im Neta... Oder... Nicht oben, sondern im Neta machen Und dazu brauchen wir ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold Um das ganze voranzutreiben Interessant Interessant Ja... So... Die Bäume sind hier schon fleißig gewachsen Ach, das schmeckt nichts Weil ich dazwischen keine Setzlinge gesetzt habe So... Das sieht geil aus Ich finde es einfach immer noch geil So... Und hopp... Und hier lang Ist einfach zu geil Nicht so durchgeht Ist einfach nur zu geil Doch, ist geil Das Haus wächst auch schon so langsam zu Das ist auch schön Äh... Holten Neta So... Und... Ab... In Neta Da ist Kies Sehe ich gerade Hm... So... Hier haben wir Holztippenholz gehabt Es ruggelt jetzt wieder Ja... Ein bisschen Speicherfall weggeschmissen Gut So... Das gleiche können wir hier fertig machen Und zwar... Machen wir mal kurz so So... So... Das heißt... Machen wir mal so... Oh... Das könnte ein bisschen viel gewesen sein Oder auch nicht So... Ein bisschen so... Ähm... Die Erde packen wir mal da rein Den packen wir auch mal kurz rein Gut... So... Hier habe ich jetzt Das... Das heißt... Wir müssen hier mal kurz ein bisschen Platz schaffen So... Hier kommen wir rein Mit... Mein... Card... Gut... Das macht nichts Wenn wir da die Bremse haben Müssen wir hier in dem Bereich Ein wenig Platz schaffen Machen wir auf der Seite auch ein bisschen Platz Dann passt das Gut... Ähm... Ähm... Äh... Ja... So... Das brauchen wir mal kurz... Äh... Machen wir noch so... Zack, zack... Das sollte hier reichen... Gut... Dann machen wir hier... Zack, zack... Zu... Dann ist das auch gut... So... Als nächstes... Müssen wir natürlich auch... Den Boost starten Das machen wir am besten so... Redstone... Und die Taste... Perfekt... Das ist die einfachste... Die einfachste... Methode... War ich jetzt die... Rastlichen... Oh Gott sei Dank... Ich hab noch Boosterschienen hergestellt Müsst noch Boosterschienen hier sein Moment mal... Wir haben hier drin kein Fenster Ah... Hier kann man Fenster anmachen... Alles gut Äh... Dreier Sehr schön... Dann kann man hier gleich ein Fenster einsetzen Zack, zack... Zack, zack... Zack, zack... Zack, zack... Sieht man wenigstens auch was wenn man hier rausguckt So... Das gleiche machen wir hier auch... Sogar ein bisschen größer... Gut... Dann will ich jetzt nicht runter springen... So... Dann sollten wir jetzt hier schön rausgucken können... Ja... Das ist doch gut aus... Panoramafenster wäre natürlich nicht schlecht... Ne... 3... 1... 2... 1... 2... Ja... Das sollte dann hier... Gut... Ha 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 ha... Die Pilze... Können wir mal... Zack, zack... machen... Soo... Ach, hier haben wir sowieso wieder Boosterschienen, die wir benötigen, das heißt also, zack, 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 ja, könnte gehen, zack, eins, zwei, drei, zack, zack, eins, zwei, drei, gott, ich hätte Cleanstorm mitnehmen müssen, fällt mir gerade ein, aber gut. Das sollte eigentlich gehen, doch, ja, könnte gehen. So, oh, wir sind doch ganz schön weit schon mit der Strecke gekommen. Ähm, 32 ist der Abstand eigentlich. so wäre ja eigentlich verbrauchen wir mal hier die kurzen boosterschienen und dann geht das so dann erst weg das war die spitzhacke geht auch so relativ fix geht auch und spitzhacke so 1 2 3 2 das sollte ein guter rhythmus sein kann man hier ein paar diagonal schienen rein machen wir hier auch mal wieder eine booster schiene und dann gehen wir hier mal die strecke ab und dann ist der nächste steck schon weg so auch hier wieder 1 2 der war falsch brauchen wir noch na gut das musste gehen 23 das geht auf heute habe ich eine booster schiene dann geht das so gut das war nicht allzu viel diagonal gehen das sollte hier eigentlich am maximum auch schon sein dann irgendwo so zack 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 ich mache doch lieber der zweite booster schiene 32 ich glaube nicht dass wir die aufbrauchen werden aber gut so ja das geht das kann man machen schon lange nicht wirklich so lange man kraft stecken strecken gebaut die nehmen wir mal weg 1 2 3 4 machen wir jetzt mal hier 1 2 1 2 3 4 dann wird das gehen 12 gott geht da eine hin ja eigentlich immer nur zur erhaltung des boosts jetzt geht es hier wieder los das heißt hier machen wir mal bergauf 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ich auch noch mal eine hin und dann war es uns mehr haben wir hier gerade nicht mehr haben wir gerade nicht zur verfügung und merken wir brauchen definitiv hier mehr fenster so stöcke haben wir das haben wir auch das haben wir auch das haben wir auch das machen wir auch gleich mal so zack 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 und hier noch einmal und dann geht es gleich weiter so und hier noch einmal und dann geht es gleich weiter so und die letzte kommt denn hier hin da brauchen wir noch mal ein paar neue lalala ne falsche das brauche ich dahin so 24 mal schauen ansonsten muss man redstone besorgen ich glaube wir haben nicht mal genug gold dafür das ganze jetzt bauen das ganze auch fertig zu bauen bin ich zumindest der meinung ist auf jeden fall eine ganz schöne strecke schon vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit dem booster schien aber gut ja hier war was ich kann es ja noch gar nicht stellen wo könnte man kniezt haben dem ende so so ach da war was genau hat schon seinen grund wieso das ding hier gerade ausgeht Es wird auf jeden Fall beeindruckend sein, wenn wir damit fertig sind. Das ist eigentlich so schon beeindruckend, wenn man mal so guckt. Ich sehe gerade, wir können da ein bisschen Steine rauskloppen. So, eigentlich könnte man hier eine Scheibe einsetzen. So, kann man hier auch eine Scheibe reinsetzen? Ja. Oh ja, das sieht gut aus. In der Diagonale machen wir keine, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Äh, die sind ja schon mal hier drin. Gut. Mal wirklich sehen, tut man nichts, wenn man so lang läuft, das ist eigentlich Witz bis jetzt. Aber, aber, das wird bestimmt noch. Wenn man sich überlegt, das Fenster ist 1x1 Meter, das kommt einem so klein vor. Aber ich schätze mal, das liegt auch daran, dass der Charakter so groß ist. Ne? Wenn man so guckt, 1x1 Meter, stellt euch mal vor ein Fenster bei euch zu Hause. 1x1 Meter und guckt mal, was ihr da rausgucken könnt. Das ist doch schon eine ganze Menge. Und wenn ihr rausguckt, also hier habe ich das Gefühl, ich gucke ins obere Drittel. 1x1 Meter. Okay, bei 1x80 stimmt das auch. Aber, hier habe ich das Gefühl, ich gucke oben gegen die Kante. Da müsste es vom Gefühl her eher sitzen. Ne? Na ja. Was soll's. So. Ich bin wirklich müde. Es fängt an zu ruckeln, aber ich habe noch 8 GB frei. Das sollte eigentlich... Okay, könnte jetzt vom Nachladen her kommen. Also vielleicht noch nicht alles zu schlimm. Moment mal. Wieso... Achso. Wieso habe ich keine Boosterschienen gesetzt? So. Ähm. Oh, das kann man mit der Hand abkloppen. Das geht ja auch. Das geht. Oh, schön. So. Zack. Da ist rein. Gehen wir mal kurz mit der Hand weg. Was dauert. So. Und setzen die drei mal so hin. Weil den habe ich da. Da kann der da hin. Ähm. So. So. Für hier reicht's. Ähm. Eigentlich zu viel weggenommen. So. Bisschen Redstone. Zack, zack. Schaufel brauchen wir nicht. Oh. Fällt zwar nicht auf der Knopf, aber egal. Mach das mal weg, dann sieht's vielleicht besser aus. So. Eisen habe ich hier nicht drin, aber Cobblestone. Oh, da ist ein bisschen Clean Zone drin, das ist gut. Oh, gut. Äh. Einmal. Hier müssen wir kurz mit was umpacken. Lava. Hm. Irgendwo hatte ich einen Abgang gehabt, oder? War da nicht was? Ja. Da hinten. Lalalala. Ähm. Ne. Hier. Man sollte einfach nur seinen Fackeln folgen, dann geht das. Hier sehen wir uns. Ansch auf! máqu pontstange und prensst. Da vorne mit einem